Der Bahnhof in Bai Shat-hun, ein Dorf im Landkreis Miao Li, ist seit neuestem der Göttin Mazu gewidmet. An den Gleisen und vor dem Bahnhof sind hier drei Statuen zu bewundern. Die Überführung ist mit Symbolen Mazus geschmückt und auch die Aufzüge sind mit Szenen des Mazu-Tempel dekoriert. Bai Shat-hun ist der Startpunkt einer der bekanntesten Mazu-Prozessionen in Taiwan. Nach dem chinesischen Neujahrsfest begleitet ein Pilgerzug die Statue Mazus aus dem Gongtien-Tempel von Bai Shat-hun nach Baigang und wieder zurück. Eine Pilgerreise von über 400 Kilometern. Taiwans Eisenbahngesellschaft hat über 10 Millionen Taiwan-Dollar ca. 310.000 Euro investiert, um den Bahnhof in Bai Shat-hun in Taiwans einzigen Mazu-Bahnhof zu verwandeln. www.barnhof.de www.barnhof.de www.barnhof.de